Das Beherrschen der Fototechnik ist natürlich das Handwerkszeug des Fotografen. Besonders im Studio kommt es auf jedes noch so kleine Detail an. Dabei ist das Foto immer ein Zusammenspiel aus Licht und Belichtung, Blende und Verschlusszeit. Für gute Fotos, die dem Raum, der Architektur, dem zu Stein gewordenen Gedanken eines Architekten oder Baumeisters entsprechen, benötige ich viel Ruhe, um mich darauf einzulassen und die Seele der Baukunst in Fotografien umzuwandeln. Ich fotografiere für mich. Klar, wenn ich einen Auftrag habe, bezahlt mich der Auftraggeber. Dennoch sind es meine Bilder. Ich sehe sie zuerst. Ich freue mich an den Farben, den Formen, den Linien und an der Location, die ich sonst nie gesehen hätte. Wir Fotografen nehmen Strapazen auf uns, schleppen kilometerweit Ausrüstung nur für eine Idee, eine Stimmung, ein Bild. Ferne Orte, unbekannte Kulturen, fremde Gewohnheiten transportieren wir so zum Betrachter. Ein Drehbuch gibt es für Fotografen nicht. Vieles ist spontan, in Sekunden entschieden und realisiert. Ständige Aufmerksamkeit, um auf veränderte Situationen zu reagieren oder besser noch, diese woherzusehen, um dann im richtigen Moment den Auslöser zu betätigen. Egal welcher Mensch vor mir ist, ob klein, groß, alt, jung, erfolgreich, bekannt oder unbekannt, für die Zeit des Fotografierens sind alle Menschen vor meiner Kamera gleich. Mein Name ist Matthias Frank-Schmidt. Ich bin Ihr Fotograf aus Erfurt. Ich bin Ihr Fotografierens. Untertitelung des ZDF, 2020